Road Rash habe ich damals sehr gerne auf dem PC gespielt. Ich kann zwar mit dem Rennsport allgemein nicht viel anfangen, aber dieses Spiel hat dann das eine wunderbare Kernfeature, welches dann doch sehr viel Spielspaß reinbringt. Als ich über diese Version gestolpert bin, war ich überrascht. Das Spiel soll auf dem System funktionieren? Schauen wir mal rein, was taugt Road Rash für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von den Code Monkeys entwickelt und von Ocean bei uns und in Nordamerika 1996 veröffentlicht. Wie angesprochen erschienen auch Versionen auf quasi allen damals gängigen Systemen, unter anderem auch auf dem 3DO, Game Gear und wie angesprochen dem PC. In diesem Spiel fahrt ihr illegale Motorradrennen. Das heißt in diesem Fall, dass ihr keine festen Rennkurse oder ähnliches absolviert, sondern auf einer normalen Landstraße unterwegs seid. Naturgemäß geht es da natürlich dann auch entsprechend chaotischer zu Gange. Ihr müsst diversen Hindernissen wie dem normalen Straßenverkehr ausweichen oder es gibt auch schon einmal die berühmten Ölflecken, die ums Schiff werden müssen. Kollidiert ihr mit einem Hindernis, fliegt ihr vom Moped und verliert wertvolle Sekunden, bis ihr wieder weiterfahren könnt. Ihr müsst also immer eure Augen offen halten. Aber nicht nur die Strecke ist unbequem, sondern auch eure Kontrahenten. Besonderheit bei dem Roadresh Franchise ist nämlich der Kampf. Ihr habt richtig gehört. Mit gezielter Gewalt lassen sich die Gegner natürlich eher davon überzeugen mal eine Pause einzulegen. Jeder Teilnehmer hat dabei seinen eigenen Lebensenergiebalken. Wenn dieser gegen Null geht, fliegt das Opfer denn erst einmal aus dem Rennen. Ihr könnt in dieser abgesperrten Game Boy Version zwar nur Faustschläge gegen andere Fahrer verteilen, aber das ist immer besser als nichts und es gibt optional noch eine Latte. Die Steuerung ist bei dem ganzen System bedingt natürlich eher einfach geraten. Mit einem Knopf gebt ihr Gas und mit dem anderen haut ihr dann zu. Es kommt jedoch natürlich bei so einem Spiel nicht nur auf die Gewalt an. Auch das Renngefühl an sich ist durchaus okay umgesetzt worden. Natürlich spielt sich diese Version hier langsamer im Vergleich zu den größeren Brüdern, alles ist etwas langsamer. Aber trotzdem macht das Spiel Spaß. Die Strecken sind alle sehr schön gestaltet, haben sogar Hügel und unten habt ihr sogar einen Rückspiegel. An Strecken erwarten euch denn fünf verschiedene Umgebungen mit jeweils fünf verschiedene Schwierigkeitsstufen. Die Strecken sind in diesen Stufen zwar alle unterschiedlich, jedoch könnt ihr hier keine großartigen Variationen erwarten. Immer sind die Strecken recht lang und brauchen auch einmal ungefähr fünf Minuten bis ihr sie beendet habt. Wenn ihr in einem Rennen mindestens den vierten Platz belegt habt, bekommt ihr ein Preisgeld. Damit könnt ihr dann zwischen den Rennen neue leistungsfähigere Motorräder kaufen. Habt ihr in der Welt durchgespielt, rückt ihr dann zum nächsten auf, wobei ihr immer die Reihenfolge der fünf Strecken komplett frei wählen könnt. Euer Fortschritt wird dabei in Form von Passwörtern festgehalten. Die Grafik kann sich durchaus sehen lassen. Ihr seht zwar viel Flackern auf den Videoaufnahmen, aber das fällt auf dem Gameboy an sich gar nicht so stark auf. Besonders beeindruckend finde ich die bergige Gestaltung der Strecke und die Rückspiegel. Beides ist auf diesem System nicht gerade einfach umzusetzen. Das Sound hält sich bei dem ganzen sehr zurück. Die Musik dudelt munter vor sich hin und ich bin sehr froh, dass auf ein Motorengeräusch verzichtet wurde. Das klingt meiner Ansicht nach auf den Gameboy sehr oft sehr eintönig. Was taugt WorldWest für den Gameboy also heute noch? Ich dachte mir ehrlich gesagt am Anfang, was soll das denn für ne gurkige Portierung sein? Kann ja nichts werden. Aber ich habe mich geirrt. Klar müssen hier im Vergleich zu den anderen Versionen Abstriche gemacht werden, aber das was übrig bleibt ist ein durchaus gutes Motorradrennspiel. Wenn ihr auf Spiele dieser Art steht, solltet ihr hier auf jeden Fall mal einen Blick rein werfen. Das war Tessu, Woltrest für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat ihr fantastischen Menschen, wisst ihr was zu tun ist und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Machts gut, tschuuu!